Es folgen ein paar kleine Zusätze zum Thema IP-Adresse und Subnetzmaske. Als erstes gucken wir uns mal eine alternative Notation für die Subnetzmaske an, denn in weiten Bereichen wird das Ganze anders hingeschrieben, was wir uns schon angeguckt hatten. Es sieht dann halt nur anders aus. Ferner werden wir die Netzadresse einführen und die Broadcast-Adresse. Wofür wir die Netzadresse brauchen, werden wir erst beim Routing wirklich verstehen. Die Broadcast-Adresse hingegen kennen wir bereits. Die kennen wir allerdings nur aus Layer 2. Wir haben uns mal angeguckt, dass es einen sogenannten Mac-Broadcast gibt, nämlich der tauchte beim ARP-Protokoll auf. Und sowas gibt es jetzt eben auch im Netz auf Layer 3. Ferner gucken wir uns zu guter Letzt an, wie es mit Netzgröße aussieht. Das soll bedeuten, wie viele Clients passen eigentlich in so ein Subnetz rein. Zunächst zur Alternativ-Schreibweise. So haben wir es kennengelernt. Ich gebe eine IP an und zusätzlich zu einer IP-Adresse gebe ich eine Subnetz-Maske an. Und das jeweils in dieser gepunkteten Dezimaldarstellung. Das ist das Übliche. Hier nochmal das Beispiel, wo wir eben aufgehört hatten mit der 0.100 und der Subnetz-Maske 255.255.255.224. Das Ganze kann man jetzt aber auch anders hinschreiben und zwar in dieser Form. Da gibt man die IP-Adresse an, das ist dann logischerweise die gleiche, macht einen Schrägstrich und schreibt hier eine 27 hin. Wobei die 27 schlichtweg bedeuten soll, es gibt in der Subnetz-Maske 27 Einsen hintereinander. Diese Notation ist natürlich erheblich kürzer, sagt aber exakt das gleiche aus. Man verliert hier auch keine Informationen, denn letztlich sind sowieso hier nicht alle Zahlenkombinationen in dieser Art der Darstellung möglich, sondern sowieso nur die Kombinationen, die binär dargestellt eben so aussehen, dass sie mit Einsen anfangen und mit Nullen aufhören. Also wenn das doch ohnehin schon vorgegeben ist, dass ich mit Einsen anzufangen habe und den Rest mit Nullen auffülle, dann kann ich auch einfach sagen, wie viele Einsen ich habe und damit ist eigentlich auch alles gesagt. Diese Notation hier findet man im professionellen Bereich eigentlich immer, gerade dann, wenn es auch um Dokumentationen und sowas geht. Also diese Notation sagt einfach, du hast die und die IP-Adresse und eine Subnetz-Maske mit 27 Einsen. Damit ist alles gesagt, das Ganze ist schön kompakt. Und diese Art der Notation werde ich dann auch häufiger benutzen. Als nächstes gucken wir uns nochmal dieses Beispiel an mit der bereits genannten Subnetz-Maske. Hierbei hatten wir festgestellt, dass der Netzanteil der Adressen hier bis zum 27. Bit eben geht und dahinter der Host-Anteil kommt. Und jetzt führen wir etwas ein, was Netzadresse heißt, nicht bedeutet, heißt. Und zwar können wir eine sogenannte Netzadresse erzeugen oder können ein Netz adressieren, besser gesagt, indem wir alle Host-Bits auf Null setzen. Das heißt, was wir jetzt gerade gemacht haben, ich gehe nochmal zurück, ist, wir haben einen Client oder einen Host, der befindet sich in irgendeinem Netzwerk und wir wollen jetzt wissen, welche Adresse hat denn dieses Netz. Dazu nehmen wir die IP-Adresse dieses Hosts und nehmen im Host-Anteil alle Einsen raus. Das heißt, wir gehen hin und setzen hier alles, was auf 1 ist, auf Null. In dem Falle würden wir nur diese Eins hier auf Null setzen. Was dabei rauskommt, nennen wir Netzadresse. Das sieht dann so aus. Also, der Netzanteil bleibt komplett gleich, grün bleibt gleich und hinten setzen wir alles auf Null. Das erzeugt natürlich eine völlig andere Dezimalzahl hinten. Und das Ganze, was hier rauskommt, nennen wir jetzt Netzadresse. Es stellt sich jetzt die Frage, und die ist nicht ganz unberechtigt, was soll denn eine Netzadresse sein? Wofür braucht man die? Als ganz kurzen Vorgriff sei gesagt, die brauche ich zum Routen. Und zwar werde ich irgendwann einen Router konfigurieren müssen. Und diesem Router werde ich etwas sagen müssen, wie wenn ich eine IP-Adresse aus folgendem Netz, und folgendes Netz ist dann eben eine Netzadresse, erreichen möchte, schickt doch alle diese Pakete bitte an folgenden anderen Router. Sowas muss ich einem Router beibringen, das ist dann die sogenannte statische Route. Und dafür muss ich ganze Netzwerke oder ganze Netze adressieren können. Und um die adressieren zu können, brauche ich eben eine sogenannte Netzadresse. Weil ich nicht immer nur einzelne Geräte innerhalb eines Netzes adressieren muss, sondern das ganze Netz an sich. Das heißt, das ist eine Adresse, die ist quasi belegt. Die kann ich auch nicht irgendeinem Host zuweisen. Wann immer ich sowas versuche, zum Beispiel in Windows hingehe, und mal diese Kombination von IP-Adresse und Subnetzmaske vergeben möchte, kriege ich eine Fehlermeldung. Das funktioniert nicht. Zusätzlich zu dieser Netzadresse brauchen wir noch eine andere Adresse, nämlich die Broadcast-Adresse. Wir brauchen, genauso wie auf Layer 2, auch auf Layer 3 eine Adresse, die Broadcasts ermöglicht. Broadcasts, nochmal zur Erinnerung, hieß, ich adressiere einfach alle Geräte in meinem Netzwerk. In diesem Falle adressiere ich jetzt alle Geräte in meinem eigenen logischen Netzwerk. Also nicht in meinem physikalischen, sondern erstmal in meinem eigenen logischen Netzwerk. Und das tue ich, indem ich, anders als bei der Netzadresse, nicht alle Hostbits auf 0 setze, sondern alle Hostbits auf 1 setze. Das heißt, wenn ich eine IP-Adresse habe, die ist 192.168.0.100, mit dieser Subnetzmaske hier unten, und ich möchte dazu die Broadcast-Adresse haben, setze ich alle Hostbits auf 1 und kriege hier hinten die 31 raus. Über diese Adresse kann ich jetzt tatsächlich dann alle Geräte erreichen, die in diesem Netzwerk liegen. Zu guter Letzt noch die sogenannte Netzgröße. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein hochoffizieller Begriff ist. Was ich hiermit meine ist, wie viele Hosts passen eigentlich in ein vorgegebenes Netz. Denn da passen natürlich nicht unendlich viele rein. Ich habe hier hinten in diesem Beispiel hier 5 Bit. Mit diesen 5 Bit kann ich jetzt adressieren. Und jetzt wissen wir vielleicht noch, dass ich mit 5 Bit 2 hoch 5 verschiedene Zustände darstellen kann. Das heißt, die Anzahl der Hosts, die ich in ein Netz reinpacken kann, hängt davon ab, wie lang der Host-Anteil ist und ergibt sich dann entsprechend zu 2 hoch Anzahl Hostbits, in diesem Falle hier 5. Aber ich muss hier noch 2 Stück abziehen. Achtung, die Minus 2 steht nicht oben im Exponenten, sondern die steht wirklich dahinter. Das heißt, 2 hoch Anzahl Hostbits ist die Menge aller Zustände, die ich mit 5 Bit hier darstellen kann oder mit Anzahl Hostbit darstellen kann. 2 muss ich aber noch abziehen, denn die 00000 hinten, also alles 0 gesetzt, ist reserviert für die Netzadresse. Das hatten wir ja gerade. Und die 11111 ganz am Ende ist reserviert für die Broadcast-Adresse. Die beiden kann ich keinem Host vergeben, also keinem Gerät zuweisen. Deswegen fallen die quasi bei der Netzgröße weg. Was ich also habe, ist letztendlich Anzahl Hosts gleich 2 hoch Anzahl Hostbits. Da kann man jetzt auch Buchstaben vergeben. Minus 2. Was man jetzt auch sieht ist, oder was glaube ich relativ logisch ist, habe ich viele Hostbits zur Verfügung, kann ich viele Geräte im Netzwerk adressieren. Habe ich wenig zur Verfügung, kann ich weniger adressieren. Das heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich die Anzahl der Hostbits hochfahre, also per Einstellung groß mache, dann heißt das, hier diese letzten Bits hier sind jetzt plötzlich nicht mehr Netzanteil, sondern Hostanteil, dann kann ich weniger Netze unterscheiden. Und das ist jetzt so ein praktisches Problem, was man hat. Man hat einen gewissen Adressbereich zur Verfügung und wird sich dann irgendwann die Frage stellen, in wie viele Subnetze möchte ich das unterteilen. Vielleicht in relativ viele. Wenn ich es aber in viele Subnetze unterteilen will, dann brauche ich einen relativ langen Netzanteil. Wenn ich aber einen relativ langen Netzanteil habe, kriege ich in den Netzen nur relativ wenige Geräte adressiert. Und da muss ich mir in der Praxis genau überlegen, was ich möchte. Dazu gibt es dann entsprechende Übungsaufgaben. Viel Spaß dabei.